So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen gerade live heute hier aus Spanien. Ich hoffe, die Tonqualität ist so für Sie okay. In wenigen Minuten fangen wir hier natürlich an. Sie sehen, es geht immer wieder da. Kommt gerade jemand mit Skype rein, ich muss den kurz wegmachen. In wenigen Minuten geht es hier klar los und wir gehen das Ganze mal durch. Was sind die Vorteile von Dubli? Und Sie sind hier am Live-Webinar von der Firma Dubli. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, nehmen Sie gewisse Sachen auf, schreiben Sie sich das auf und anschliessend nach der Präsentation einfach direkt mit dem Kontakt, den Ihnen über Facebook, Twitter oder E-Mail oder SMS, WhatsApp etc. weitergegeben wurde, damit Sie diese Einladung Folge leisten konnten, dass Sie hier jetzt da gleich live dabei sind. Dann einfach kurz Kontakt aufnehmen mit der Person, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie hier eine optimale Positionierung haben, auch in dem Unternehmen, damit Sie hier wirklich auch von Anfang an an diesen enormen Umsätzen partizipieren können. Ich schalte jetzt kurz mal um, mal probieren da ein Standbild reinzutun und dann hören wir uns gleich in wenigen Minuten wieder. Ich hoffe, die Tonqualität ist für Sie okay. Wir werden in Kürze dann auch wieder in der Schweiz sein, dann nach Dänemark. Am 15. August sind wir kurz für wenige Tage in Dänemark, wo wir uns mit einigen Topshots unterhalten werden, auch für die Expansion für Polen, für Türkei, für andere Länder natürlich, Tschechien etc., Chile, Costa Rica. An der Stelle auch ganz, ganz liebe Grüße gerade an meine Partnerinnen und Partner Alvaro und Alessa, die ich leider hier in Spanien gerade nicht einladen konnte oder eben zum Abgleich, weil die sind gerade in Chile und Costa Rica unterwegs. Das heisst, die sind dort gerade am Aufbauen der Organisationen von Dubli International. Und das macht natürlich richtig Spass. Aber von hier aus, es ist auch schönes Wetter, also wunderbar. Und ich grüsse euch ganz, 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 ganz lieb. Selbstverständlich grüsse ich auch die anderen Länder jetzt, gerade die hier drin sind, sei das Deutschland, Österreich, die Schweiz und Spanien. Und ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich jetzt gerade dabei sind. Ja, was ist alles passiert? Werden Sie in Kürze gerade sehen. Vielleicht auch der September nicht verpassen in der Agenda. Da sind wir in Dubai bei der grossen Convention, wo weit über dreieinhalbtausend Leute anwesend sein werden. Und das macht natürlich richtig Spass, hier diese Expansion zu erleben. Und vor allem auch die News, die da auf uns zukommen, sind natürlich schon Weltklasse. Also das heisst, das ist für den Aufbau, für den Vertriebsaufbau, ist das wirklich absolut gigantisch. Ich werde dann kurz in die Schweiz kommen und dann gleich wieder nach Spanien kommen, damit wir hier vor Ort ein bisschen anders noch funktionieren können. Und dann von hier aus natürlich dann nach Dubai. Okay, wir schalten jetzt hier mal um. Wir schauen mal, ob das alles so funktioniert. Wenn irgendetwas wäre, einfach kurz eine Skype-Nachricht durchgeben. Die Kolleginnen und Kollegen, Dorothea etc., die mich kennen, Pam etc., wo jetzt auch hier drin ist, etc. Einfach kurz mal ein Feedback geben. Wenn irgendeine Tonqualität, das kann mal passieren, aus Spanien heraus, dass vielleicht das Internet nicht so optimal ist, dann einfach kurzes Feedback geben, dann stoppen wir. Und es ist natürlich Montag. Und Montag ist immer so eine Geschichte für sich. Aber ich freue mich auf alle Fälle, Sie hier live zu begrüssen, hier bei diesem Live-Webinar. Und ich freue mich, für die nächsten paar Minuten mit Ihnen zu verbringen und Ihnen zu zeigen, die Vorteile, was Dubli hier wirklich bietet und Ihnen, meine Damen und Herren, uns allen global zur Hand bietet. Schalte um. Danke vielmals für Ihr Interesse.